Aber dann f*** ich euch richtig hart, ey. Und dann warum fängt der ganze Sprinter nicht viele doch? Hä? Was? Ich sterbe auf der anderen Seite? Ich glaube, es artet wieder so ein bisschen aus hier, Muchachos. Nein! Nein! Boom! Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder eine grandiose, lockere Folge GTA mal wieder. Man kennt das. Und gleich klatscht, ist aber kein Beifall. Mit dabei haben wir Ares, Deko und Nugi. Einen wunderschönen. Hallo, Muchachos. Hasta la bon! Nein? Muchachos, hallöchen und super nice, dass ihr da seid. Ich begrüße euch und ich wünsche euch einen wunderguten Alles. Und ich will kurz Infos mit euch teilen. Hier, guck mal, mein Garten wird gemacht. Okay, interessiert niemanden, oder? Oh, das ist voll so. Oh, alle wollen das wissen. Ganz, ganz kurz, wie bei so einem coolen Kalenderspruch. Ja. Deko, hast du es gemacht? Da ist ein Bagger, guck mal, da ist ein Bagger. Deko. Kalenderspruch? Okay, also. Kalenderspruch für euch, Muchachos. Wenn mein Hund dein Gesicht hätte, würde ich ihm den Arsch rasieren und ihm beibringen, rückwärts zu laufen. Ja. Einen zum Fußballcourt, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe Marvin vielleicht... Das Idee ist gar nicht zum Fußballcourt, Motorrad. Hä? Ich habe euch nur verarscht. Ey, Digga, dein Ernst ist... Ich habe Marvin nötigen müssen, dass er das angestellt hat. Marvin hat sich richtig gewährt und meinte, auf keinen Fall zu Fußballcourt. Und ich meinte so, Digga, hundertprozentig zu Fußballcourt, sonst stelle ich GTA heute nicht an. Und here we go. Ja, und Aris meinte, nein. Und ich sage auch, nein. Nein. Also, wir haben... Das Ding ist, Nuki und Deko lieben zu Fußballcourt. Oh yes. Also bei Nuki wusste ich das gar nicht, aber ich auf jeden Fall. Hast du... Zu Fußballcour. Hallo! Alter. Was soll die Kacke? Ey, jetzt reicht's aber doch mal, der! Okay, dann ist die Play hier. Hey, da war doch... Ach, da war gar kein Punkt. Okay, finde ich los. Ey, du Mietern. Das ist schon gut, Alter. Ziel und, äh, und Sprinte. Aris, dann kannst du auch weitergehen. Ja, genau. Schneller los! Im Gleichschritt. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 los, los. Links, 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 links. Schnell weiter. Aris, schnell weiter, du Lappen. Los. Los, lauf. Jetzt kommt ein Stoppschild. Stoppschild ist schwierig. Was war das? MAMI! Ich habe alles kalt Beifall, Alter. Nein! Wie bin ich runtergefallen? Aris wurde vom Beifall erschlagen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, Aris. Was da passiert? Hallo. Warum kann ich da nicht draufgehen? Oh, Junge. Nein! Aris, es tut mir leid. Ich habe gerade die Retourkutsche bekommen. Oh. Ich bin hinter dir, siehst du? Also Karma hat mich geholt. Ja, zu Recht vielleicht. Aber wir sind jetzt quitt, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Aris, hast du dich gerade mit der Rakete weggelackst, oder hast du selber verkackt? Er hat selber verkackt, der Lachsnacken. Dann hat ja Aris ja noch einen Kill frei. Nein, hat er nicht! Andere ist auch Deko. Ja, ich wollte gerade sagen, Deko, ich habe auch noch einen Kill frei. Also, danke, danke, dass du mich erinnert hast. Lugi hat sich gerade für euch gerecht. Hä, ich habe gar nichts gemacht. Gut zu wissen, also wir können alle eigentlich Deko nochmal von dem Punkt wegballern. Lugi habe ich gerade an Erinnerungsminen weggeballert. Hallo, so läuft das nicht. Oh doch, so läuft das. Nein. Oh ja. Aua. Oh, das hat Spaß machen. Lol. Alter. Lol, wer war das? Hä, ich habe Aris reingeholfen. Ja, ihm konnte ich schön rüberspringen. Nein! Bei mir sah es aus, als hätte er verkackt. Ey, wollen wir diese Map einfach beenden? Ich habe jetzt schon kein Wort mehr auf den Scheiß. Ja, aber warum? So, Freunde. Es war aber gar nichts bis jetzt. Oh mein Gott, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geht es ab, Digga. Jetzt geht es ab, der Krieg beginnt. Nein! Du bist ein Lackervor, Alter! Habt ihr diesen... Hallo? Habt ihr diesen komischen... Elektroscheiße? Ja. Da bist du aber offiziell. Quitsch. Diga! Ja. Hallo, ich habe nichts zu tun damit. Schubsi runter, schubsi runter. Ich tue dir auch nichts. Du hast mich... Ey, warum? Lol. Ey, Nuggi! Hast du den Punkt nicht? 2-1 schon, du Ficknacken, Alter. Er hat den Punkt. Wollt mich farb! Du hast den Punkt, Alter. Will wieder eine einzige Klatsche denn? Kann hier von vorne machen muss, oder was? Ja, ey. Ich wurde doch schon zweimal vor dem Punkt gekillt. Und denn noch, Alter? Wie habt ihr das hier mit dem Elektroscheiß gemacht? Ja, einfach durchgelaufen. Nein. Nein, Nuggi! Tach, tach. Fuck! Nein! Verpiss dich, lass mal in Nierenruhe! Loll. Ey, und dann kommt alles von hinten nach fließen, Alter. Aua! Was macht der? Ich bin wieder hier. Okay, ey. Wir beruhigen uns jetzt wieder, ja? So. Das ist so geil. Die Leute machen so glatschen, ey. Oh, oh. Ja, ja! Beruhig dich! Hä? Nein! Was? Ich sterbe auf der anderen Seite? Ich bin schon rübergesprungen. Du hast ins Leere geschlagen. Wirst du dich verarschen? Also, bei mir auch Fall, ey. Ja, bei mir habe ich dich voll erwischt. Ey, die miesen Kaspers, ey. Ja, park dein scheiß Motorrad da noch, oder was? Ey! Wollten wir nicht alle komplett wegficken? Ich raste gleich sowas von aus. Ja, mach da nichts. Wollen wir es hin? Loll! Verpiss dich doch mal jetzt mit dem Bike, du Schacko. Ah! Ich glaube, es artet wieder so ein bisschen aus hier, Muchachos. Nö, gar nicht. Alles Chilo. Aber Nox sind alle freundlich. Es wird eher schlimm, wenn es ausartet und es fängt es halt nicht zu... Ey! Einen hatte ich noch frei. Ey, warum holt mich immer wieder das Karma ein? Es ist einfach schlimm, dass ich mich nicht rächen kann, wenn Marvin... Ey! Dieser kleine Barsch. Ey, ich habe dich nicht umgebracht. Ey, er war auch kein Kühl. Er ist ja jetzt noch überlebt. Nogi, alles gut? Ja, aber alles super. Wieso? Ja, weil du da so stehst. Nein, alles tiptop. Ah, ja. Nogi, warte darauf, dass er Marvin umlachsen kann. Richtig. Oh, ich hoffe, dass er das wirklich macht. Wir sind jetzt alle, glaube ich, wieder ausgeglichen. Außer Nogi... Nogi darf ich noch einmal umknallen. Nogi darf ich auch noch einmal umklatschen. Hä? Überhaupt nicht. Nogi hat, glaube ich, viermal so viele Kills auf mich mittlerweile. Aber es waren ja alles Spawn-Kills, oder? Zwischen uns fallen ist es aus wie sich... Ey, warum machst du eine Rolle? Ey! Wird auf, mich anzuzünden hier. Ich habe nicht mehr so viel auf hier. Mann, ey. Alter, Digga, wie er immer los sprintet. Dieser unnötige Chaco. Okay, come on, Bruder. Also, hier ist alles einfach. Rolle. Was macht das? Come on, Bruder. Wir schaffen das, Muchachos. Passen Sie auf. Ey, Deko, ganz am Ende. Waren Sie langsam. Ganz am Ende. Der Fenster hier ist der first try. Hallo! Wenn ich noch einmal brenne, könnte ich sterben. Ganz am Ende ist übrigens Strom, ne? Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Warum liegt hier Strom? Äh, weiß ich auch nicht. Warum habe ich eigentlich eine Maske auf? Wieso sprichst du nicht zu Lappen? Oh. Oh. Hallo, wacke doch nicht so rum! Hallo! Ey, ich dachte, wenn ich jetzt... Nein, Digga. Ich muss gleich nochmal Marvin weglachsen, Alter. Hä, warum? Digga, einfach, weil ich's kann. Oh, ich kenne ich. Oh. Ich tue es nicht, ne? Aber... Oh, weder schön, ne? Hey! Ich hab den Punkt noch nicht! Gut auf, Mann! Ich mach mir jetzt einen Riesen-X, mal ich mir in mein Gesicht. Damit ich immer morgens den Spiegel sehen kann, dass ich dich ficken darf, Alter. Und das niemals vergessen werde. So, ich hab mir jetzt einen X auf die Stirn geklebt. Oh mein Gott, Alter. Irgendwann werde ich randommäßig die Folge sehen und denken so, hä, was war'n da nochmal? Und dann werde ich mich daran zurückerinnern. Und dann f*** ich euch alle in den Arsch, ey. Einfach so, es wird ganz plötzlich kommen. Es wird nicht jetzt irgendwie in den nächsten Wochen sein oder so. Vielleicht erst in einem Jahr oder so. Aber dann f*** ich euch richtig hart, ey. Und wisst ihr, das war gerade mal 0,7% von dem, was ich euch antun werde. Passt du das? Nein, natürlich nicht, du Lappen! Dann prickelt wieder der... Das war ich! Okay. Ein paar Sekunden später. Heul nicht. Heul nicht, Alter. Aris, ich glaube, das sieht nicht gut aus wie ich. Er hat gerade angefangen! Ich glaube, das sieht richtig mies aus. Marvin, alle haben den Punkt. Ja, ich bin jetzt im Knast. Ich mach mir gerade Tränen. Wie ein Troll. Pass auf! Marvin, bleib stehen! Digga, ich war hier schon. Wie oft war ich hier schon? Jetzt sehe ich ja kacken, ne? Jetzt lasst mich nur an dem Punkt, ey, ihr kleinen saften Asen. So. Oh, okay. Ich will nur kurz festhalten, dass ich mit der ganzen Situation nichts getrunken habe. So. Das ist ein Ding zwischen Aris und Marvin. Ja. Hallo, ihr zwei nicht. Ich hab's nie. Ah. 16 Minuten. Ja, ja. Minuten. Beim ersten Punkt, ey. Beim ersten Punkt! Aber schon genug Salz für die nächsten 200 Bestellungen. Also, ausbeutentechnisch sind wir gut dabei. Scheiße, wie soll das denn gehen, ey? Also, so wie du atmest, gewährst du? Nein! Oh, oh, oh. Das muss man langsam machen sollen. Nein! Hä? Wie soll denn das gehen? Nein! Ey, du mieser Fickarsch, Alter. Ich schwör's dir! Ich war vor dem Punkt! Ey, wer war das? Wer war das von euch? Ich war das und dich. Ich guck nach, denk ich, die Aufnahme, ey. Ja, das kann wieder ein wahres. Ey, ich war schon vor dem... Warte mal! Checkt jetzt genau eure Waffen. Welche Waffen habt ihr? Ich hab ne UC. Auch hier. Ohne. Ich hab bei Deko gerade noch... Ja, ich hab dir wechselt, ey. Ich hab bei Deko gerade noch den Atemizer gesehen. Hä? Alter. Oh, sorry. Digga, was kommt da alles noch, ey? Warum fängt der ganze Sprinter nicht Ziele doch? Nurgi, wo warst du schon? Ja, da oben. Digga. Auf den Stein. Ich war auf dem Stein und bin dann auf den LKW. Digga, was kommt da alles? Welchen LKW? Ja, dieses Ding da vorne. Das Bus-Ding? Ja, genau. Digga, wo ist der Pum? Ja, komm mal. Der Luft ist in der Punkt. Digga, alles langsam. Okay, es ist halt doch wirklich ein gutes Stück. Scheiße, Digga. Ich weiß nicht, wie ich schon wieder den Atemizer höre, ey. Come on. LOL, wie viel? Das ist schon ein bisschen was. Ja, ja. Oh, mir juckt schon in den Fingern, ne? Aber jetzt machen wir ihn nochmal weg. Zäufer ein bisschen. Achso, oder? Also ganz am Anfang dachte ich mir, okay, ich kann nicht nach... Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Deko das schon mal gemacht hat. Achso, nach drei Minuten, Alter Vieren, wäre ein bisschen zu muschi. Gab es noch nie. Ich glaube, ich glaube, ich habe es wirklich noch nie. Aber so nach 18 Minuten habe ich mir das jetzt erkämpft, dass ich einfach Alter Vieren darf. Ey, was macht der denn, Alter? In der Rechnung müsste ich eigentlich so oft Alter Vieren, so oft wie ich von euch auf die Fresse kriege. Und da nehmt ihr euch beide hin. Richtig selten. Digga, nie. Richtig selten, genau. Also jedenfalls nicht unausweglichen. Ja, was kommt hier, Digga? Ey. Oh. Hallo, geh hoch. Geh hoch, Bruder. Digga, was ist das für eine kranke Scheiß? Habt ihr gesehen, was ihr alles machen müsst? Ey. Ey, wir sehen uns locker in 40 Minuten hier noch. Ich hab bei den Enten am Ende von den Steinen da. Bei den Enten? Ich muss jetzt leider zu Fuß, also langsam gehen hier, weil. Was ist denn das da? Da, wo du bist so. Ich sprinte, läuft einfach mal wieder los. Alter! Hab den Punkt, Digga. Ich schreie jetzt nach vorne. Digga, wie die alle schleichen, ey. Ich würde es aber genauso machen. Ja, ich bin schon dreimal runtergefallen gerade hier, ey. Oh mein Gott. Und jedes Mal, weil er irgendwie random losgesprintet ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass es so eine Schicksalsgöttin gibt. Ich schau mir jetzt die schwierige Stelle an und genieße einfach die Show. Und gucke einfach, was draus wird. Entweder hab ich Glück, unser einer oder andere wird verkacken, da wo Nugi gleich ist. Was ist die? Warte mal. Der ist denn gerade ganz vorne? Du. Oh nein. Ach, ich? Ja, ich schau mir das jetzt an, wie du verkackst. Oh, das wäre richtig schön hier. Oh, ja. Oh nein, ey. Was ist das? Ach du. Ja, ja, komm. Na ja. Das sieht schon recht böse aus, Nugi. Nugi, kack. Pass auf. Los. Naja, warum machst du eine Rolle? Ich muss springen. Ja. Oh, jetzt schieße ich dich ab. Hau. 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 Er spring nicht hoch. Oh oh. Oh mein Gott. Er ist runtergefallen. Du bist runtergefallen? Was? Er ist nicht hochgesprungen. Oh, ja. Er ist nicht hochgesprungen. Er ist einfach nicht hochgesprungen. Okay, ich bin ein bisschen nervös jetzt. Ey, ich weiß nicht. Also wenn du auch bei den Containern bist. Viel Spaß. Ich gehe jetzt auf den Holzzaun. Ja. Alter. Hey, das war eine Granate. Die zählt nicht. Ja, genau. Übrigens, die Munchachos fordern eine Bestrafungsfolge für dich, mein lieber Marvin. Lass mich raten. So werde ich eine Face-to-Face? Ah, du kommst auch nicht hoch. Kann sein, dass die eine Face-to-Face nehmen wollen, ja. Und du fällst runter. Komm, Deko. Oh, schade, ey. Oh. Oh, ich hätte es genossen. Ich habe keinen Plan. Beim ersten Mal ist er nicht hochgeklettert, beim zweiten Mal schon. Lol. Hast du dir irgendwo eine Granate liegen lassen? Lass uns doch mal über Marvins Bestrafung reden. Face-to-Face? Ey, wofür wird euch eine Bestrafung gefordert? Was hat er getan? Also, wofür von diesen vielen Dingen? Seine eigene Boxershorts-Regel nicht angehalten. Seine eigene. Ja. Oh, ich habe den Punkt, ey. Ich habe den Punkt einfach. Warte, ich habe... Warte, Leute. Ich habe übrigens auch eine Liste angefertigt von den Malen, wo Aris schon gescheatet hat. Warte. Ich gehe mal kurz die ganzen Seiten durch. Wo Aris auch gescheatet hat. Warte mal. Wir hätten hier zum Beispiel auf Seite 4. Und jetzt bin ich auf Seite 936. Okay. 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 Gut, das geht. So, da kommt er endlich. Nugi ist übrigens gerade nicht da. Keiner, was er gerade macht. Bitte nicht, bitte nicht. Okay. Schade, ein bisschen zu spät. Oh, schade. Ist er jetzt nicht so? Alter, wir haben jetzt... Digga, wie du aussiehst, ey. Krass. Ich hatte richtig zuhört, das ist, ne. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Digga, dann ist Nugi gleich weg. Kann das sein? Ist er jetzt schon weg? Ach, lol. Nee, ist noch da. Noch? Nee, weiß ich nicht. Mutters kann es gleich sein, dass er weg ist. Denn GTA hat seinen Timer. Da ist er, Nugi! Er bewegt sich. Er bewegt sich. Okay. Ja, dann ziehen wir schon mal weiter, ne? Der erste Sprung war böse. Nugi gewinnt doch am Ende eh wieder. Am Ende gewinnt Nugi. Alter, der Sprung ist doch böse, oder? Scheiße. Genaustens Abteilung. Nein! Digga, der letzte ist noch mal weiter. Wow! Ey, was? Ey, der letzte ist richtig böse. Ey, der letzte ist richtig krank. Vielleicht müssen wir da wieder in die Ego gehen. Das macht doch Ares immer. Ab und zu, ja, aber ist kacke für den Zuschauer. Ich hatte mal... Diese Situation hat sich ein Zuschauer beschwert. Ey. Aber was bringt das im Ego-Modus? Das Kontrollierte. Also, nix. Danke, Marvin. Ich muss sagen, der ist immer so trocken. Ich finde den so geil, ey. Hallo, ey, das müssen wir nicht mal spawnen. Das zählt nicht. LOL! Okay, der letzte Sprung ist da verkackt. Scheiße. Ja, der letzte ist am heftigsten. Wer war das? Boah! Ich hab ihn! Ich hab den Sprung! LOL. Digga. Hätt dir Zähne verdient? Ja. Nugi hat dann Ballerdick jetzt auch weg. Nämlich hast du ja auch weggeballert. Hä? Alter! Ja, ist doch so! Ey! Alter! Ist der weg? Ey! Alter, Alter! Ey, Nugi, ne? Du wirst ihn, du wirst ihn auch tief spüren, Alter. Also, mindestens mal, ich hab's schon wieder geschafft. Ich bin einfach so ein Gott, Alter! Hä? Hä, warum? Ich bin einfach die fucking sibirische Wüstensprintmöwe mit einer verfickten Sprungfeder in den Beinen. Ich schaff nicht mal den ersten. Oh. Ich muss jetzt first, ich muss jetzt hier durchkommen, komplett, damit ich dann am Spawn chillen kann und euch wegficke, sobald ihr in den Bussen drin seid. Ey, 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 so ihr! Ja, kein Fall, ey! Wieso ihr? Digga, wie lang, ey, jetzt mal, jetzt mal retalken, wie lang wollen wir den Scheiß noch strecken? Ja. Fick mich einfach! Fick mich einfach! Digga, du hast doch Nugi angestiftet! Du mieser Klaxigon, Alter! Ich wasche meine Hände in Unschuld. Weißt du, der Auftraggeber von einem Mord wird trotzdem fürs Mordes verurteilt. Ne, ne, ich hab ja kein, ich hab nicht gesagt, bring ihn um! Ne, du hast nur gesagt, dass er mich auch wegficken muss! Ne, sollte! Muss, ist egal! Du hast den Auftrag gegeben, du bist genauso schuldig wie Nugi! Wollen wir jetzt Aris auch mal wegschießen? Nein! Ich überlege gerade, warum ich das gesagt habe. Achso, genau, weil er mich auch weggeknallt hat, ja! Ist doch einfach nur Auge, Auge, Zahn und Zahn, so, ne? Ja, also, wenn ich jetzt wegficke, ist es Auge, Auge, Zahn und Zahn. Ne, ich hab nichts gemacht! Ich hab dich nicht weggeballert! Du hast den Auftrag ergeben, wie oft maus! Ja, du kannst, du kannst jemand anders den Auftrag geben, dann wär's Auge, Auge, Zahn und Zahn, also nicht mich wegballern! Wow! Okay, Aris, wenn Marvin im Bus ist, dann baller ihn weg! Okay. Okay, warte, wo ist Aris gerade? Okay, warte mal, da hinten, okay? Aris, bist du dir sicher, dass du das machst? Marvin, wenn ich du wäre, würde ich Aris jetzt zum Bus wegballern! Ich glaub, Aris macht das wirklich! Ich hätte die weggeballert! Nein! Ich hätte! Aris! Warum willst du uns heute gegenseitig so anschlacheln? Und... DICK! Du Wichser, Wichser! Halt! Es haben alle noch einmal verdient! Ich glaube, ich hab heute schon ein bisschen mehr kassiert, ja? Aber nicht von mir! Und dafür, dass ich so viel kassiert habe, bin ich eigentlich noch richtig, richtig chillo, ey! Jetzt muss ich ja nur... Mit deiner Kassierei hatte ich nichts zu tun! Jetzt muss ich ja nur eigentlich bei Aris bleiben, ne? Weil... Ich muss das Aris auch einmal weggegeln! Nein! Guck so! Ja, solange ich bei Aris bleibe, bin ich safe! Alter! Zumindest werde ich Aris nicht immer wegballern! Oh! Das war ein Auftrag von Deko! Hat sich das erledigt? Ja, was war das? So! Ich hab euch gewarnt! Nach 30 Minuten, hab ich jetzt endlich mein Ziel erreicht! Mit dir einfach mal so einer kleinen Fußparcours-Map, Alter! Richtig salzige Gemüse! Alter, hat er nicht gemacht! Alter, Digga! Einfach gelieft! So, Leute! Ich nehm da mal ein bisschen King of Retail auf, ne? Bis dann! Ciao! Spritten wir schon mal weiter, bevor Nuki hier ankommt und wir nochmal vielleicht auf den Gedanken kommen, ihn wegzustreicheln! Na, ich glaub mal lieber in der Mitte! Ich würde einen Seiten laufen, ne? Keine Ahnung! Könnte aber sein, dass es mit dich auch geht! Ja! Aber testen würde ich es nicht unbedingt! Seite geht! Hä? Äh? Sieht so hart gescheatet irgendwie aus! Oh fuck! Alter! Ey! Auf einmal sprintet er wieder! Ey, es sind... Achso, zwei Punkte noch! Echt? Ey! Ja, für dich sind es jetzt wieder drei! Ey, nur schlagen! Ab jetzt nur aufschlagen! Ok! Ja, jetzt, wo du auf der Reichweite führst! Ja, jetzt, wo du auf der Reichweite führst! Ja, schau mal, schau mal! Schau mal! Den Krimi fängt ja hier runter! Du musst laufen, dass du mit dir auch einholst! Fuck! Oh fuck, Nuki ist recht nah dran! Ja, ich krieg dich noch! Make it true, man! Schneller! Schneller! Oh, sorry. Los, geh hoch. Aber ich glaube, bei dem Punkt kommt echt nicht viel. Oh, geil. Wobei ich nicht weiß, was das für ein Gebäude hier ist. Das ist Ares. Gleich beim ZDF. Gleich beim ZDF. Beim ZDF. Ja, ich muss schon sagen, ich bin einfach ziemlich gut ins Fußball. Hallo! Nein! Was kam da? Oh! Was kam wo? Irgendwas kam da gerade. Ich hab was dazwischen gehört. Ich hab'n Atomizer fliegen gehört. Alter, ich dachte, ich hab'n... Aber in meine Richtung. Oh! Oh, wieso muss man denn hier springen, ey? Ist hier noch ne... Wir schauen hier die ganze Zeit Atomizer. Piu, piu! Hier so. Ah! Ich hab'n! Oh, jetzt kann ich euch wieder richtig hart wegficken. Der nächste... Ach ne, ein Punkt kommt noch. Ah, das läuft... Sind das nicht diese coolen Boxen? Das könnten sie sein, ja. Warte, ich teste mal. Uff. Alter. Ganz schön krass. War schon. Achso, ich hab'n. 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 Achso. Warte, kommst du mal zurück hier? Hallo. Hallo, kommen sie zurück? Warte hier. Okay. Hallo! Aris, wir warten da vorne auf dich. Ich bin da. Okay, weiter geht's. Weiter, weiter. Würde's, genau, übrigens so machen, dass ich außen langlaufe. Hm? Jo. Bisschen gedrückt, ne? Hm, was? Hab' ich nicht gesehen. Bisschen gedrückt hier. Ich mach' die andere Seite. Ne, doch nicht. Scheiße. Lalalalalalalala. Hast' geschafft! Oh. Oh. Ey, gib... Leute, wo kommst du denn hier? Oh, du bist so... Oh, no. Ich will sie noch mit. Lol. Ich will sie noch mit. Äh, hä? Lol, nein! Hä? Was ist das hier? Nagi! Auf gar keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall. Ey, was ist denn passiert? Nagi. Geh schneller. Hallo, geh nicht zu mir! Ich will nicht mehr. Ey! Hallo! Ich hatte mit der Aktion nichts zu tun! Ey, Junge, wir haben... Wir haben gesagt... Hä? Nagi hat Selbstmord begangen? Nur noch schlagen! Nur noch schlagen! Und jetzt kommt so ne Kacke, Alter! Ey, bei mir steht aber, Nagi hat Selbstmord begangen! Oh, Digga, jetzt hat sich da... Jetzt wurde was ausgelöst, ne? Ey, ich geh 5-2, Digga! Ja, jetzt ist... Das ist die Revanche! Jetzt ist ausgeglichen! Hallo, ist ausgeglichen! Oh, Mama, 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 Mama! Ey! Digga, was macht ihr da, Alter? Okay, Nagi, machen wir Skill-Duell? Skill-Duell? Ich glaube, es war echt... Ey, warte doch! Ja, hä, Skill-Duell? Ja, du bist schon vorgerannt! Ja! Hä? Ich bin losgelaufen, hab gesagt Skill-Duell und du hast da drum gestartet und hast gesagt, Ja, Skill-Duell! Jaaa! Du musst halt auch da ein bisschen deine Reflexe zusammenkriegen! Mieser Chaco, ey! Ey, das ist schwer jetzt, oder? Ja, guck, ich hab dich schon wieder! Ja, geil! Skill-Duell ohne Schlagen, ohne Treten, ohne Pusten! Ohne Hauen! Ja! Ohne alles! Ohne Schubsen, ne? Na kack jetzt! Na kack jetzt! Na kack jetzt! Ach, da unten seid ihr? Ja, er sprint jetzt sogar eiskalt! Kleiner Try-Harder! Jaaa! Noch hast du nicht gewonnen! Du Mieser! Nein! 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 Wieso? Du mieser Himmel! Jaaa! Du mieser Himmel! Boah! Boah! Das ist doch mies, Alter! Bist du echt Erster? Ich weiß es nicht! Ich weiß nicht, ob ich Erster bin! Du bist Erster, ja! Jaaa! 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 Verdient einfach! Keiner schlägt die Spritmöwe! Die Profimöwe hat euch, Alter! Die Profimöse... Oh! Okay, Muchachos! Das war eine sehr salzige Folge! Ich warte auf eure Salz-Rüstungs-Bestellungen! Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich was da! Einen kleinen Discount gibt es auch! Wegen Salz im Überfluss! Wenn es euch gefallen hat, schmettert eure Salz-Däumchen nach oben! Haut in die Kommentare! Hat Marvin zu Recht gerage-quitted oder war es übertrieben? Und was sagt ihr zu der Boxershorts-Thematik? Hat Marvin noch eine Boxershorts verdient? Muss er noch was machen oder ist er eigentlich quitt? In die Kommentare! Checkt die Beschreibung aus! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Bye-bye! Bye-bye!